hallo hallöchen der alex von gergry gaming hier und herzlich willkommen zurück dudes bei minecraft aura pvp ja ich spiele auf der map hier jubiläum heißt sie glaube ich oh mein gott was das für eine map spiel die zum ersten mal und alter ist ja für so einen hampelmann wie mich einfach gar nichts die fliege ich aber schon sofort runter was mache ich denn jetzt scheiße die sind ja direkt zu zu zweit fuck 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 die map ist alles andere außer geil leute ohne scheiß na der rote ist gestorben ey fuck ich habe den feuer nicht gehitte der ist darunter gefallen als er mich hauen wollte ja wir kämpfen jetzt in unserer arena hier da fliegt zu schnell erstmal keiner raus ja ist doch egal komm hier sprengen wir uns einfach gegenseitig in die luft jungs alter wie tief geht es denn da runter hat ja mal gar keinen sinn hier zu kämpfen fliegt ja keiner raus ja das findest du witzig ne und ciao nein habe ich dich so was machen wir oh guck mal ich habe noch feile ich glaube oh ich habe noch gewonnen dudes ich habe noch gewonnen wie geil ist das denn ja zwei kills und ja war doch ganz gut würde ich mal meinen ja mal sehen wenn das jetzt hier zu ende ist dann starte ich noch eine neue runde wenn eine auf ist eine schnelle und dann schauen wir mal weiter ja ich würde mal meinen ich glaube das ist einfach nee hier modern ist noch auf und 50 sekunden geht es los wieder unnötige zeit im video totschlagen ja mal sehen wie die runde wird aber was ich bei gomma ganz cool finde wir haben ja einen coolen zeitvertreib mit diesen jump and run scheiß wo ich nicht gerade gut drin bin aber naja wenigstens versuch so schwarz muss ich nächster ist da da noch nein ach egal mist ja komm schon jetzt soll die runde mal losgehen aber ich finde bei gomme leider dass die map auch zu wenig gespielt wird also die ist echt nicht oft mehr im dings hier zur auswahl weil es einfach so viele andere maps mittlerweile gibt und ich finde das ein bisschen schade weil es heißt aura pvp und dann ist die map so selten drinnen also das regt mich schon ein bisschen auf ist auch persönlich meine absolute lieblings map den rest habe ich früher mal total gehasste ich habe da geübt ohne ende damit ich da nicht ganz wie ein kackbum aussehe und ja gut mittlerweile muss ich sagen bin ich auch nicht mehr ganz so scheiße in aura pvp okay äh wupseruwupser wupser 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 äh äh hallo hallo Ah, super. Das ist der geilste Anfang auf Doom. So. Keine Kugeln mehr nach einigen Sekunden, alter Schwede. Jetzt backe ich hier noch so richtig hart rum. Wie? Sie sind beide gestorben und ich habe keinen Kill gekriegt. Als wenn. Ach, egal. Ja, komm her. Ja, okay. Das ist GG jetzt. Ah, ja, Leute. Die zweite Runde zwar war zwar etwas peinlich, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, wenn ihr Bock habt auf weitere Minecraft-Videos, lasst mir einfach mal ein Like da. Vielleicht schreibt ihr mal was in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, können wir auch mal zusammen ein Projekt starten. Also könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht zockt man mal eine Runde oder so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Der Alex von Gagui Gaming. Ciao, Dudes.